Musik 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 So, herzlich willkommen Ich bin Wapf Thur Heute probiere ich ungestossen aus und ich habe hier einen ehemaligen Weltmeister, einen Experten, Werner Günther Ciao Erni Ja, neu ist es klar Du bist fast nicht grösser als ich Wichtig ist Warm-up Richtig Das machen wir zuerst mal ein kleines Warm-up damit ich mir weh tun mit diesen grossen Kugeln Gut, lassen wir mal los Das Erste wäre, dass wir uns etwas bewegen Das heisst, wir laufen und nachher machen wir ein bisschen Gymnastik und schauen mal, was wir da noch für Übungen haben Ok, das ist gut, klingt gut Ja, also Musik 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 Mähen Musik Musik feels THOMAS Musik Musik Das ist gut Das ist nicht illegal nicht, im Ausgang Näht Musik 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 I have the power of Greyskull. I have the power of Greyskull. Also, jetzt ist es so, wir haben ja diverse Kugeln, von den Pampers bis zu den richtigen. Und das macht natürlich extrem viel aus. Also, ob ich ein Kilo mehr oder weniger habe, das ist extrem. Was meinst du, wie weit würde ich denn kommen? 10 Kilo. 3 Meter. Ich sage, ich komme 4. 4 Meter. 4 Meter. 4 Meter. 5 Meter. 7 Meter. Du siehst dort, wo sie ist. Nicht wiederholen, oder was? Also gut, das probieren wir mal. Ja, ein klassischer. Ja, der Smart hat mich nicht so motiviert. Ja, das war's. Nicht zu weit, ich bin nicht mehr... Vielleicht schaffst du es noch. Okay, gewinnt ihr nicht? Ja, knapp. Ich würde sagen, das wollen wir gelten. Ja, ja. Alright, also, gehen wir kuppeln. So, das wäre es gewesen vom Kugelstossen mit Werner Günther. Grüß dich, Werner. Ich würde sagen, man sieht sich 06, oder? Ja, ist gut, cool. 08 Peking. 08 Peking, ist das Kugelstossen oder was? Ja, 06 wäre es gewesen. Ja, 06 bin ich am Skifahren, das funktioniert eigentlich. Ja, dann können wir die Formbereitung machen auf 08. Ja, das funktioniert. Ich sehe schon, es kommt gut. Also, weiter geht's zur Sendung. Wir sehen uns schon auf der Tour. Servus. Servus. 08, ja.